Das hat in ein, zwei Monaten ziemlich viel Sand angespült. Bis vor kurzem war die Uferlinie noch hier. Jetzt hat sie hier. Das ist von hier bis hier. Bis da hinüber. Schön, die Versandung von Assini schreitet fort. Die Assini-paleolithisch besiedelte Halbinsel war früher ja auch eine Insel. Und der ganze Strand des Treppernot ist aufgefüllt worden.